Und auch wenn es sich selbst eingesperrt und befreit hätte, dann hängt es sich nicht kopfüber an einen Dornenzweig fest mit einer Kralle und greift noch die Blätter und... Ich werde es tun und das würde mir keiner beweisen können, weil ich bin nicht so blöd wie immer. Mir klappt es beim ersten Mal.